Seht ihr, mein Freund und ich haben das gemeinsam. Bauchmuskulatur. Sixpack ist da, aber sieht man nicht so richtig. Deswegen haben wir noch Zeit bis zum Sommer, bis die Ferien beginnen, dass das ein richtiges Sixpack wird. Deswegen heute Crunch. Ich hoffe ihr habt die Challenge Unterarm Liegestütte, Plank und die Squat Kniebeug Challenge gut verkraftet. Jetzt geht weiter. Seid ihr warm und motiviert? Machen wir es gemeinsam. Wir haben die Übung aufgeteilt in drei verschiedene Levels. Level 1, 20 Wiederholungen, Level 2, 40 und Level 3, oh mein Ton fällt hier raus, 60 Wiederholungen. Ich mache die Übung vor. Ihr könnt entweder die Hände in den Kopf nehmen, reißt aber nicht am Kopf, zieht euch nicht nach oben. Wir versuchen, Brustbein zur Decke zu bringen. Fersen sind auf der Matte, Fußspitzen sind oben, der Rücken liegt auf der Matte. Hände könnt ihr hinter den Kopf oder an die Schläfe leicht nehmen und nach oben nehmen. Und so weiter. Für die Hände nach hinten haben. Und schwieriger ist das, ob die Hände hier vorne haben oder das Gewicht der Hände anhängen müssen. Das wird also schwierig. Genau. Ich mache die beiden Hände vor. Und ihr kommt schön nach oben. Ihr atmet aus, wenn ihr hoch kommt. Ich mache es hier nochmal vor. Ihr legt die Hände nicht ab. Kommt schön nach oben. Halswirbelsäule bleibt immer in Verbindung der Brustwirbelsäule. Und jawoll. Jawoll. Level 1, 20. Level 2, 40. Level 3, 60. Wiederholung. 3 Sätze. 30 Sekunden Pause. Viel Spaß dabei.